Das komische ist nämlich, die haben beide GPS-Kameras, sowohl die 8er-Cobra als auch die 5er. Die 8er, obwohl die neuer ist und auch die moderne Software hat, bringt überhaupt keine Daten, keine 50-GPS-Daten. Also die alte ist besser? Die 5er wesentlich besser. Deshalb bin ich immer darauf angewiesen, für die Daten einblenden wir in Videos, dass die Heckkamera läuft. Ohne Heckkamera gibt es kein Overlay. Gibt es kein Overlay. Ein Mädchen brennen in dem Abarth. Und Hölle schnell, ne? Ja, das ist kein Overlay. So cool. So cool. So cool. So cool. So cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020